Hi Guli! So, jetzt ist es da, das Bild von der Geissens, Roberto Geissini. So, jetzt gucken wir mal, was da drin ist, das ist doch schön, ach je, alles zugepappt, aieieieie, ah, sicher verklebt das Ding, du. Hoppala, so, nochmal hier kurz. Hoppala, das haben die ja rucki zucki versendet, das Ding, du. Sonntag, glaube ich, bestimmt hier, ist dann noch Dienstag, und schon haben wir's, schon ist es da. Wahnsinn. So, hoppala, so, lauf. Oh, hier ist der Ding, der, wo. ich hab mir jetzt gleich an die wand hier guck mal bis der nächste oh, riesen riesen Gerät hier wahnsinn geil aus